ja hallo lange zeit nicht gesehen wie geht es dir super mir geht es richtig gut schön dich wieder zu sehen hier im ökonomikum wo wir gemeinsam eine arbeitsintensive aber sehr gute zeit hatten aber sag mal wie bist du denn damals dazu gekommen ich hatte ein ganz bestimmtes ziel vor augen meinen beruflichen aufstieg und nach vielen recherchen war mir klar dass der einzig richtige weg dafür ein mba abschluss ist und zwar an der renommierten und international anerkannten business school in düsseldorf der moment als ich das erste mal das gebäude des ökonomikums betrat hat mich von der ersten sekunde an begeistert die moderne architektur die wirkung des foyers ich fühlte gleich dass hier ein ganz besonderer spirit herrscht zeitlich flexible vorlesungen in den abendstunden ein sehr kompetentes team aus dozenten und professionen sowie moderne lehr- und lehrmethoden waren weitere wichtige punkte aber vor allem die unterstützung durch professor börner und der grütering hat mir sehr geholfen der mba der düsseldorf business school führt zu einem master abschluss der heinrich-heine-universität das heißt wir vermitteln management kompetenz auf universitärem niveau dieses berufsbegleitende studium läuft anders ab als das klassische universitätsstudium wo ein dozierender vielleicht vor 300 studierenden steht sondern es erfolgt in kleingruppenarbeit wo wir die erfahrungen die unsere teilnehmer in den mba einbringen können wirklich integrieren die unternehmerschaft düsseldorf hat sich gerne bereit erklärt seinerzeit sich als gesellschafter an der düsseldorfer business school zu beteiligen warum weil wir davon überzeugt sind dass das modell erfolgreich ist sowohl für die unternehmen als auch für die absolventen was ist das besondere die düsseldorfer business school schafft es durch die enge beziehung zu den unternehmen hier in der stadt praxis und theorie hervorragend miteinander zu verknüpfen und 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 Untertitelung des ZDF, 2020